Musik Nur etwa 5 Kilometer des insgesamt 40 Kilometer langen Höhlensystems sind für Besucher freigegeben. Wir benutzten für die Ein- und Ausfahrt den Aufzug, der uns in knapp einer Minute 250 Meter tiefer brachte. Hier unten empfängt den Besucher eine fast absolute Stille. Der größte Raum der Carlsbad Caverns, The Big Room, ist 550 Meter lang, etwa 100 Meter breit und 80 Meter hoch. Die Temperatur beträgt 13 Grad Celsius. Der Eingang zu den Höhlen wurde 1883 entdeckt, aber erst ab etwa 1920 wurden sie erforscht und 1930 zum Nationalpark erklärt. Musik Untertitelung des ZDF, 2020